Da bin ich. Heute müssen wir packen, weil ich weggehe. Also nicht lange, aber ich gehe. Dann gehen wir zuerst mal in die Küche, weil ich brauche nur Essen. Ja, ich schaue überall ein bisschen vorbei, weil ich muss die Sachen machen. Ähm, Essen brauche ich. Ähm, da braucht man Brot. So, was gibt's noch? Ich schaue wieder in den Zauberschränk. Ah! Kennt ihr das, wenn ihr in den Zauberschränk schaut? Es gibt rein gar nichts zu essen. Like, literally nothing. Ah, das brauche ich. Das ist laut gewesen. Vielleicht, dass ihr... Ah, jetzt könnt ihr mir zusagen, dass wir Brot schneiden. Zum Brot zu schneiden, braucht man üblicherweise das Brotschneidmesser. Mit so einer Kantenschrift. Danke vielmal Kamera. Machst du einen super Job. Muss ich sagen. Ah ja, vielleicht haben das gemerkt. Die Qualität und das Format ist ein bisschen besser. Das liegt aber nur daran, dass ich jetzt endlich nicht mehr faul genug war, meine Kamera nicht mehr auszupacken. Das macht keinen Sinn. Es ist jetzt im richtigen Format. Wenn ich nicht mehr schieße, habe ich mich geformat. Hm! Langert das? Eins, zwei, drei. Vier Stückchen gibt's. Ah, da langert. Jetzt nehmen wir Papier. Wir knicken das ein, damit es nicht vertrocknet. Ah, wir nehmen einfach... Oh! Wir nehmen einfach alles. Umweltverbraucht das schon. Oh, total. So. Ah, so. Und jetzt könnt ihr wieder meine Hackfresse anschauen. Ähm. Oh. Ähm. Ähm. Etwas zu trinken wäre vielleicht eine gute Idee. Ihr, wie ihr. Ich habe es noch nicht gesagt. Lägt ihr weg. Doch, ich habe es gesagt, aber ich habe gesagt, nein. Nämlich fort. Lach keinen Sinn. Ist aber logisch. Jetzt füllen wir das mit Wasser. Nein. Ich habe eine bessere Idee. Ich schaue in meinen Zauberstränk. In meinem Zauberstränk finde ich mir eigentlich Coquicola. Und Milch. Oh nein. Ich nehme einfach eine riesen Gutterflasche mit. Ich meine natürlich eine riesen Gutter von Wasser. Coquicola. Nein. Coquicola brauche ich nicht. Also. Kurzes Review. Wir haben eine riesen Gutterflasche. Brot. Nektarine. Das sollte es gewesen sein. Ähm. Ähm. Nicht vergessen. Irgendwo vorbeizuschauen. Zum Beispiel da oben. Oder dort oben. Je nachdem wo die Infokarte ist. Ich weiss nicht wie die Kamera da dreht. Das erste Video mit der Kamera. Schaut einfach mal vorbei. Lass ein Sabot an. Es fällt sich scheisse aus. Sehen liegt das daran, dass ich gerade von der Schule komme. Also. Nicht. Also. Ich sehe zwar sonst auch scheisse aus. Aber heute sehe ich besonders scheisse aus. Das ist immer zweimal 2 rechnet. Und dann kommt 5 raus. Ungefähr so sehe ich aus. Ich habe Sinn. Also. Und jetzt muss ich das. Macht keinen Sinn. Ist aber logisch.